Herzlich Willkommen liebe Abonnenten das ist unser erstes Video von den Gaming Bros wir würden uns freuen wenn ihr ein Abo da lässt und ein Like teilt dieses Video mit euren Freunden und viel Spaß mit dabei ist Marcel Moin so muss er dann fahren wir mal das erste Rennen ja was ist er hier mit seinem Bahn den Wagen hast du genommen aber ich habe den vorgeschlagenen da ja ich auch aber meiner ist gar nicht getunt meiner wohl damit darum seht ihr auch schon den drachen weiter der böse drachen ja wo auch man was in der bösen drachen oh man alter der sieht krach aus ja ich bin auch so ein böse drachen ja ja das wissen wir doch alle was hast du zu einer wow Marcel der Fahri oder ist auch ein geiler weil er sagt gar nichts mit dem Motorrad ja das ist ein Roller und kein Motorrad ja weiß ich hätte die Wunden ich finde der fährt scheiße der fährt richtig scheiße irgendwie alter ja naja 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 das kriegt gar nicht hin so lang wie das scheiße alles ja weiß ich ja weiß ich da sieht man auch mal den drachen in voller Pracht also wie gesagt das ist unser neuer Account also unser neuer Kanal und bei unserem Kanal werden natürlich Gaming, Comedy und Vlogs kommen und ja 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 Hier ist der Drache da. Der sieht ja geil aus. Der böse Drache, du bin ja. Ja. Alter, der sieht krass aus. Jetzt fliegen wir den Mond des Drakens rein, du. Ich bin da so scheiß mit dem Flugzeug, durch die Röhre zu fliegen, ne? Ja, ich auch. Der böse Drache hat mich fast aufgerissen. Echt, der böse Drache hat die auch vergessen? Ja, ich glaube. So, es geht mit dem Wagner weiter hier, mit dem Drache. Boah, scheiß Alter. So, das ist ein Buffman, ne. Schade, Alter. Hab dich gern abgeballert. Oh, Marcel, jetzt fahren wir über den bösen Drachen drüber, du. Oh, Marcel, jetzt fahren wir über den bösen Drachen drüber, du. Oh, nein. Oh, nein. Ja, ob das ihnen wohl wehtut über seinen Drachen drüber. Oh, der ist so böse und stabil, der tut gar nichts weh. Ah, das merke ich wohl. Ja. Wo bleibst du nun? Ich überhole dich da. Das glaube ich nicht. Oh, nein. Wer ist das für die O2, Alter? 4, 500, Alter. Oh, jetzt fahren wir über die Zunge das Drachen ziehen, Alter. Da fliegt der Marcel ein bisschen schief. Wo will er denn hin? Oh, schnell zur Runde, persönliche Bestleistung. Oh, nein. So, jetzt fahren mich zu During Fire. Wie funktioniert die Zunge das Drachen Museumции бер? Wie funktioniert das dr Das finde ich連ge Katodor Elsner. Oh, wir wollen uns nicht nur abschnecht zusammen. Oh, okay. das ist die rolle dann stoppie schade ich war mal mit dem ding abgebremst das ding beschleunigen die wieder ja heute könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben was wir so für videos machen können was euch so interessiert wenn ihr bis hierhin geguckt habe schreibt man bitte herr steckt was er ist langsam in die kommentare aber jetzt steckt denn es ist langsam bitte in die kommentare okay wenn es genau ihr bis jetzt geguckt hat er steckt denn es ist langsam das ist ja der böse drache in der ganzen branche wie fliegst du denn so jetzt geht es wieder an den bösen drachen in den bösen drachen und da haben wir den massen wieder überholt Oh, da ist er weg. Oh, jetzt haben wir da über den bösen Drachen du. Aber Marcel, pass auf, der Drache ist böse. Ach, scheiße, Mann, ey. Leute, wenn ihr jetzt bis hierhin geguckt habt, schreibt mal bitte Böser Drache in die Kommentare. Hashtag Böser Drache. Was, wie ich dagegen fliegt? Ich bin absolut gesprungen, halt. Ja, du hast ihn getunen, sei froh. Ja, weiß ich. Oh, da ist er auch schon das Ziel. Und, erster. Also, wie gesagt, Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Hashtag Böser Drache in die Kommentare. Und haut rein, lasst uns ein Abo da und ein Like da und teilt das Video mit euren Freunden. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020